So meine Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei The Forest. Es ist Tag und wir gehen jetzt schön an die Küste, um ein bisschen zu... äh, Sachen zu finden. Ich hab vorhin auch schön das Spiel gespeichert, also ist alles gut. Also nach dem Schlaf, ja. Irgendwie doof, wenn nicht, wenn man es vor dem Schlaf nicht macht. Oh, warte, wir können da kurz nochmal die Sterne weglegen. Können wir noch wieder was sammeln? Also können wir wieder ein paar Steine sammeln? Eins, zwei, drei, fünf, fünf, sechs, sieben... Was? Sieben Steine? Wann? Okay. So. Wir müssen jetzt gleich auch aufpassen, denn es gibt im Wasser ein Hai. Was hier in... Guck mal, wunderschön, wie sie sich... So. Lingen irgendwo Koffer. Boah, diese Eier, Alter. Läuft. Kann man die irgendwie schlagen? Wow. Lol, Krüppelheil. Guck mal. Doi. Hehe. Tja. Was ist das? Mein Gott. Da sind einfach mal Haie angespielt worden. Was ist das denn? Achso. Ok. Wo sind jetzt hier ein paar nette Gesellennamen Schildkröten. Ich sehe gar keine. Sonst müssten immer hier Schildkröten... Also, was ich früher mal gespielt habe, waren hier überall Schildkröten. Jetzt ist das echt komisch. Das ist wahrscheinlich wieder der Vorfieffekt, ja? So. Wenn das da mal nicht der Vorfieffekt ist, dann wäre es auch nicht mehr weiter. Stirb. So. Ich habe mir auch, äh, vorhin ein bisschen Amor angelegt. Also, ein bisschen Rüstung. Sieht man ja, äh, hier ist Rüstung und so. Ich will mal Steine aufnehmen, Alter. Warum sind hier no... no Turtles? Where are my Turtles? I need Turtles. I need Turtles. Äh. So. Da, na, 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 na. Oh, hier sind die noch viel. Da, 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 da. Oh, ich kann kein Medizin mehr aufnehmen. Was ist das denn? Soll aber nicht, dass da noch Medizin drin ist. Nein, es ist keine Medizin drin. Gut. Oh, Flares. Oh, nice. Oh, nice. Wieder ein nettes Haspel. Oh, da ist ein Turtles. Da ist ein Turtles. Und... Hä? So. Ich kann schon sagen, was ist denn los, Freundchen? So, wir haben einen Panzer. Wir können auch nur einen Panzer aufnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt... Schön... Kann man eigentlich solche... Die Dinger auch... Guck mal. Nee, können wir nicht. Okay. Wir gehen jetzt hier auf das Schiff. Nur von... Ey, war das Schiff nicht immer ein bisschen weiter weg? Ich hab ehrlich gedacht, das wäre weiter weg gewesen. Nee, das sieht wahrscheinlich so aus, weil da jetzt irgendwie Steine hinzugefügt wurden. In vier Tagen ist... Ist auch wieder ein neues Update. Also bin ich mal gespannt, was da rauskommt. So. Bisschen... Ist kein Bock, dass der Halker hierher kommt. Ich glaub, hier war doch ein Halker. Ja gut, hier liegen auch seine ganzen Kameraden. Hä? Ich komm nicht hoch. LOL. Komm. LOL. Ich wollte aber nicht mehr schwimmen. Also nicht mehr tauchen. LOL. D8. Wie das... Hoffentlich ist das jetzt kein Product Placement. Es gibt ja eine... Magazin, die heißt D8. Eine Milch. Missing. Oh. Oh. Einen Camcaller haben wir grad gefunden. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Wie? Was ist das denn? Oh nein. Was sind die Dinger? Bäh. 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 Äh. Ich stehe weg von hier. Noch mehr Bilder. Ein Teddy. Der Teddy. So. Sieht irgendwie sicher aus. Ein Umgebung mal kurz. Tadadada. Oh guck. So, ich hab nämlich grad wieder vergessen den Timer anzustellen. Wenn man... Wenn man so The Forest spielt. Oder auch bei Stranded Deep ist mir aufgefallen. Man kann die ganze Zeit spielen. Da... Da vergeht die Zeit wie muh. Ey. Das ist so schlimm. Aber das macht halt verdammt Spaß. Ist das jetzt nicht. Nicht? Leute. Das sah aus. Wie so Schildkröte. Das war irgendwie so ein Wasser. Furz. Wasser. Ja. Wasser. Ja. Die sind vergammelt. Die kann man wegwerfen. Drop. Drop. Scheiße. Ja. Ich hätt die... Ich hätt... Es gibt's nämlich auch so ein Gestell wo man Essen hinlängen kann. Das hätt ich bauen sollen. Wir erst das ganze Essen hinlängen können. Ich glaub das wär dann... Kommt dann Trockenfleisch raus? Ich glaub schon. Um heute dann das Ergebnis Trockenfleisch zu haben. Da sind nur mehr Turtles. Hey Turtles. Hey Turtles. Kann man hier hochstehen? Oh. 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 Ich glaub hier ist dann ein Ende Gelände. Ja. Okay. Gehen wir zu einem heiligen Baum. Der schildt grad da oben seine Basis. Hoffe nicht, dass da grad irgendwie groß Tumult ist. Da diese heiligen Bäume immer von... Glaub das war von den Ureinwohnern. Ähm. Verehrt werden. Können wir auch einen in der ersten Folge sehen. An dem... Ähm. Kleinen Teich. Da war nämlich auch so ein heiliger Baum. Der sieht, find ich persönlich, schicker aus. War auch sogar markiert. Dann holen wir uns hier mal kurz. Ein paar Böhmchen, wenn's irgendwas cooles gibt. So was cooles. Was war das? A... Ach so. Aloe Vera. Okay. Ja genau. Aloe Vera ist sehr gut, wenn man das farmt. Da hinten. Das ist natürlich auch verdammt cool. Wenn man dort hinten hinkommt. Was wohl dort hinten ist? Ich glaub das muss ich mal erkunden. Sehr was sicher cool. Sicher mega cooles. Gibt's hier noch was spektakuläres? Oh da ist da hinten zwei Ohreinwohner abchillen. Okay. Ja wie gesagt, man muss hier immer ein bisschen aufpassen. Grad... Oh, ein Zelt. Lol. Alter ist das ein großer Anker. Holy Shit. Der ist mal echt groß. Will er es mitnehmen? Ach stimmt, ich habe schon mal. Das ist auch nicht so groß zum Looten. Ich glaub dann geh ich mal wieder in Richtung Heimat. Und das finde ich auch cool, dass die... Das hier... Das hier... Das zu Hause und alles... Markiert ist. Mit solchen... Mit solchen... Mit halt den Zeichen. Das finde ich auch bei so einem Haus. Das. Oder auch die... Wow. Äh... Wie ich sie nenne die Lockdriver. Das könnte man auch spielen eigentlich. Ist ganz cool. So. Die Lockdriver nenne ich die. Da kann man so Locks mit transportieren. Ähm... Die werden auch markiert. Da kann man sogar die Farbe von den Flaggen ändern. Oder wie die markiert werden sollen. Das finde ich auch cool gemacht. Ehrlich gesagt. So meine Freunde. Dann war das... War es das mit der... Mit der... Mit der... Mit der dies... Mit der heutigen Folge The Forest. Ich werde mich jetzt noch irgendwie... Oder ich werde jetzt gleich... In der nächsten Folge werden wir jetzt erstmal noch so eine Hängelgestelle machen. Hängelgestelle. So geiler Name. Um... halt Essen zu kriegen. Ja. Um da so Essen abzuhängen. Und... Hier ist kein Schatten mehr. Und jetzt da ne... Da ist noch ne Lock. Lol. Ähm... Das heißt wir werden jetzt gleich noch ein paar Fische... Ähm... Fische fangen gehen. Wir werden noch ein paar Locks fangen gehen. Und dann... War es das. Mit der... heutigen Folge. Also jetzt... Hören wir auf. Hab grad irgendeinen Stoß geredet. Und... Das heißt man sieht es hier noch in der nächsten Folge. Bis wieder. The Forest. Haut rein. Bis denn. Ciao.